Hallo Jungs, alles klar? Willkommen zum neuen Video. Heute habe ich etwas saukülles für euch. Ich würde mich als Dr. Tintenfisch vorstellen, aber das klingt so komisch für mich. Ich würde lieber sagen Dr. Octopus. Für die neuen bin ich jetzt auf dem Weg Neurochirurg zu werden und wir benutzen das Wort für viele Dings. Also ich habe mir überlegt, meine Kenntnisse euch mitzuteilen, damit ihr geile Konversionen machen könnt. Heute soll es eine Sonderausgabe sein und ich habe mir etwas sehr sehr geiles überlegt und zwar auf Deutsch aufzudrehen, weil es sich um Bikinger handelt. Quatsch, ich habe mir versprochen, dass ich es einmal machen werde und bis jetzt habe ich alle Videos auf Englisch gemacht und ich kann gar nicht so gut Englisch ehrlich gesagt. Außerdem gibt es viele Leute aus deutsch sprechenden Ländern, die dieses Hobby mögen. Also das fand ich nett für sie. Bis jetzt gibt es keine offizielle Köpfe für Space Wolves 30k, sagt man so. Ich habe ein paar Bilder in den Medien gezeigt und viele Leute waren sehr zufrieden mit den Ergebnissen. Also das ist nur ein Vorschlag. Deswegen habe ich entschieden, dieses Video vorzubereiten. Noch dazu, man kann es mit den existierenden Miniaturen versuchen. Die Helme von MK3 sind einfach passend. Ich persönlich habe ich die Helme von Imperial Fist ausgewählt, die sind noch besser meiner Meinung nach. Aber es hängt von euch ab. Ich lasse euch die Musik genießen und zwar die Walküren von Richard Wagner. Ich will auch nicht die ganze Zeit quatschen, das wäre auch langweilig glaube ich. Also wenn es euch gefallen soll und ihr Lust habt, dass ich mehr von diesem Video machen soll, dann zeigt mir das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben und bleibt bis zum Ende dran. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020